Yo Leute, mein Name ist Lenny Style. Halt mal, stopp mal, warte mal, ich bin hier der Lenny Style, ja, und das hier ist Bananen Factory 3. So, hallihallo, hallöchen liebe Nennas, wir sind jetzt bei der dritten Folge von Bananen Factory 3. Immer noch keiner, der abgesprungen ist, sind immer noch alle hier die üblichen Verdächtigen am Start. Wir haben bisher einen Toten, dann ist Melina, die hat ein Herz verloren in der ersten Folge, aber ist zum Glück dabei geblieben. Ich habe keinen Baum, gar nicht stehen, das heißt, ich muss jetzt erst mal aufbauen und hier hinterher sind jetzt gleich hier irgendwie meine Würmer irgendwann mal fertig. Gut, ich würde sagen, Leute, wenn ihr alle soweit ready seid, dann würde ich sagen, ist der Countdown ab jetzt gestartet, das heißt, der Countdown geht hier los, das heißt, es darf wieder gebaut werden. Ich muss mal überlegen, wo ich stehen geblieben war. Du brauchst uns jetzt hier ab und pflanzt dann, obwohl wir haben das Setzlinge. Ich glaube hier. Ja, wir haben noch Setzlinge. Ich habe auch noch. Dann machen wir wirklich, wir brauchen Setzlinge. Äh, weiß ich nicht, warum ich Setzlinge brauche. Feier du? Die Frage ist, was mache ich denn jetzt mit dem Sieb? Also das ist ja jetzt fertig gebaut. Was mache ich denn da jetzt? Du brauchst so viel Maschinen hier. Kannst du Sand sieben oder sowas? Ja, woher habe ich den Sand? Ja, ich zeig's dir mal kurz, dass es mit den sieben ist. Ja, komm mal rüber. Ich bin schon bei dir. Ja, schneller als Setzlinge. Also du hast zum Beispiel einen Komposter, haust die Erde raus und dann einfach, sag mal, dir fehlt auf jeden Fall erstmal ein schönes Netz. Hä, da ist doch eins drin. Bei mir ist da nichts drin. Dann gib mir den Dirt. Also du gehst dann einfach mit, nimmst den Dirt in die Hand, einfach rechtsklick drauf. Sorry. Und nimm mal hier das. So, jetzt ist dein Netz drauf, Lenny. Äh, der Dirtblock ist hier in der Luft, ist er doch richtig? Warte, geh mal kurz an die Seite, ich möchte dich runterkicken. Okay, jetzt habe ich. Belina, mach mal den Weg hier ein bisschen safe. Ja, ich bin gerade am Holz abbauen, damit ich den Weg safe habe. Ich fällt da halt safe gleich einer, wo das jetzt kommt. Ich bin gerade am Bauen, dass ich nicht runterfalle. Also der Sieb aus mit Netz? Ja. Warum? Du brauchst ja so hier. Wart mal. Äh, lol. Ja? Warte, was denn? Das kommt weg. Machst du nochmal eben zwei Fäden für mich? Nee. Äh, ich hab hier zwei Fäden, ja. Eins. Ich kümmere mich währenddessen um die Baumfarm und so. Ich guck mal, was wir jetzt machen können. Äh, lol. Da ist doch ein Netz drin, oder nicht? Nee, bei mir nicht. Ein kurzer Aufkauf. Oh, ich hab das Netz rausgeholt. So. Ist da jetzt ein Netz drin, in dem rechten? Ja. Wieso habe ich jetzt eins in der Hand? Ich habe eins dupliziert oder so. Nein, ich habe eins gerade noch erstellt. Lol, komisch aber, das kann ich bei dir kein reinsetzen, keine Erde. Warte mal, das probiere ich mal eben kurz bei mir aus. Du möchtest, Lenni, kannst das aber bei mir da mal eben zugucken. Ey, ich schwöre, ich hab gerade so ein Netz dupliziert. Ich hab doch noch eins vorhin gemacht. Ich hatte auch zwei. Okay. Wenn du da sagst, dann wird das wohl so sein. Gut, dann brauche ich einen anderen Plan, was ich in der Zeit mache. Die Zeit rennt schon wieder davon. Wir müssen Gas geben. Wie machen wir das jetzt mit Eisen? Sicher. Ich glaube, wir sind noch weit von entfernt. Ja. Eisen, ich kriege da mit meinem Sieb hingestellt. Was funktioniert. Bei mir funktioniert mein Sieb, doll. Ja, wieso funktioniert mein Sieb hier nicht? Kein blassen Schimmer. Und was muss ich jetzt sieben? Wieso kriege ich denn das rechte raus? Weil das, wenn ich das abreiße, ist das dann komplett kaputt? Das weiß ich jetzt nicht. So. Jetzt habe ich hier nochmal das. Jetzt brauche ich... Ich brauche Dirt. Dirt. Wieso regnet es eigentlich hier? Ist die Frage. Wohin geht aber voll. Ich habe Angst vor dir, Lenny. Ja, ich glaube auch. Was bringen wir Gras haben und Weizenkörner? Alter, gib mir die. Warum? Nein. Einfach so. Weizenkörner? Da sage ich noch eins. Hashtag einfach so. Wieso hat der sowas? Und wie ist der da dran gekommen? Ja. Der hat er sieben. Und was macht man mit Stone Paddle? Ja, Erde sieben ist ein nice Troll, wenn man sieb hat hat, funktioniert. Hier Stone Paddle ergeben ein... Ja, ein Cobblestone. Ey, ich... Ey, Leute, ich kann bei mir nicht sieben. Ja, du musst einmal rechtsklicken darauf machen und dann musst du weiter rechtsklicken. Ja, das mache ich die ganze Zeit. Das Problem ist, bei Lenny kann man den Erdkopf nicht platzieren. Ja, hat der Lenny vielleicht das falsche Sieb gebaut? Ich weiß es nicht. Das Thema hatten wir doch schon mal in der ersten Runde. Äh, Lenny, kurze Frage. Wie sieht dein Sieb aus? Wie Holzbretterblöcke oder wie Holzstammblöcke? Stammblöcke. Dann hast du das Halter. Toll. Da kannst du nur Compressed-Sachen reinlegen. Äh... Warte, Lenny, dann baue ich hier hinten ganz normalen. Ja, baum mir mal eins. Ich würde da rüberkommen und dir eins geben, weil ich hab noch hier ein Sieb. Äh, ich komm grad nicht rüber. Der Hausmeister regelt das, der baut mir eins. Melina, kümmer du dich mal ein bisschen um Cobblestone, okay? Ich um Cobblestone kümmern. Ja, ja, ich geb dir jetzt ein paar Savlings. Ja, ich, ähm, soll doch Vic bauen. Ne, ne, das macht jetzt Schwedeli. Ne, ich mach Cobblestone. Lass ich mir die mal Cobblen machen. Ja, okay, dann mach ich die Cobblen. Das dürfte jetzt funktionieren. So. Machst du dich denn nicht? Nein, ich bin durch den Baum gelaufen. Oh, mein Gott. Melina. Dann bekommst du neue Sachen raus. Ok, cool, da. Was ist mit uns? Sollen wir Team vielleicht? Okay, nice. Soweit ich weiß, bist du noch nicht im Team? Äh, sollen wir Team? Ja, kann man. Soweit ich weiß, hast du noch kein Team. Was ist mit Stone Pebble? Was ist dat? Ja, machst du zu Cobblestone. Dein Klumpen, die Cobblestone. Mach sie vier zusammen, dann hast du ne Cobblestone-Block. Ok, wofür brauche ich ne Cobblestone-Block? Hammer. Das ist alles. Den Hammer und diesen Cobblestone-Block kannst du dann später mit dem Hammer kaputthauen und dann kriegst du Key. Was bringt mir Body Part Template? Äh, äh, entsteht ne Chance, dass du Eisen-Chunks zum Beispiel. Mach das, mach das. Wie jetzt? Wenn du diesen Kies dann nicht siebst, sondern weiter mit dem Hammer bearbeitest, dann kriegst du Sand raus. Wenn du Sand dann, ähm, siebst, dann bekommst du... Ok, dann ist soweit. Auch Weißen raus, Eisen, Gold und so. So viel kann ich mir das merken. Da musst du mir gleich nochmal erzählen, wenn es soweit ist. Oh, was bringt ihr? Oh, oh, oh. Ja, Regen, endlich. Regen, 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 Regen. Ja, hier stehen doch welche. Jetzt hab ich gleich vier Pilze. Achso, gut. Ja, ich hab halt... Wir müssen... Vielleicht hier ist auch noch eins. Ich bring mal die Diebe rüber. Ich hab schon eins nicht getroffen. Aber das eine müssen wir ja zulassen, damit wir da Dings und so weiter machen können. Wie krieg ich denn das Wasser aus den Dingern raus? Mit dem Eimer. Eimer oder abbauen? Und wie krieg ich ein Eimer? Durch Eisen. Einfach noch mehr. Durch Eisen und Leben gibt's Eimer von... Ja, wie krieg ich denn Eisen? Eisen kriegst du, indem du Sand oder Kies isst. Sand? Okay. Warte mal. Sand hast du eine höhere... Was glaubst du, wenn du Sand oder Kies... Was? Also wenn ich jetzt, ähm... Tobelzone... So, äh, Sand verarbeite oder Kies. Ich stehe da eine Chance, dass dann, ähm... Eisen rauskommt. Nein. Ich hab keine Ahnung, Leute. Das ist für ein Unterschied, was ich für ein Hammer habe. Wie krieg ich denn jetzt... Jetzt ist mein Trichter voll hier mit Wasser und ich krieg... Kann nix anderes machen. Abbau und wieder hinstellen. Läuft er wieder voll. Ja. Ja, am besten baust du da Blöcke drüber, halt. Ja, bauen wir jetzt. Alter, geil. Oh, jetzt kommt das Monster vorne, oder? Langsam. Ähm, wir brauchen das, äh, dafür. Damit wir... Ja, was, das machst du dann halt hier den... Okay. Brauch essen. Soll ich schon mal viel? Hey. Ich hab keine Äpfel, oder so. Ich kann nicht Äpfel, oder so. Ich kann nicht Äpfel, oder so. Bei mir ist es nämlich wie ein Äpfel, knapp. Oh, jetzt brauch ich noch. Geh weg. Nein. Ist nicht ohne Knopf. Alex, komm mal hin hier. Gigi, das Wasser ist weg. Oh, hallo. Das war mit Abzug. Also muss ich jetzt... Moment. Fehlen drei. Oh, time to farm. Okay. Das hab ich alloß. Oh, und das? Ähm, kannst du mal bitte Setzlinge farmen, die nicht? Wäre vielleicht nett, weil sonst wird das ein bisschen knapp. Die Setzlinge hier in der Tischten müssen wir auch nicht. Hol dir mal ne Compressed Ding. Hab ich schon. Ähm, können wir über ne Compressed craften? Ich craften. Boah, das geht ja hier sowas von ab. Das macht mega Spaß. Ich muss mir wieder hier so ein Ding craften, aber ich hab vergessen, wie das heißt oder was ich da machen muss. Was willst du? Sammy muss noch viel lernen. Das Ding für... Da sind andere, oder? Ja. Wie? Perfekt. Und... Wie wird das geschrieben? BR oder was? Ne. BR. Wir, ähm, sparen auf beiden Ofen, okay? Du hast das Ballastgeur in den Chat geschrieben. Ah, okay. Sparen auf beiden Ofen, Mensch. So, das ist das hier. Ja, und wie kann ich jetzt... Moment, gib mir das mal, gib mir das mal, ich mach das. Wenn du Gravel weiter im Hammer bearbeitest, bekommst du Sack, du kannst aber auch Gravel 7 und kannst da durch ne kleinere Chance Eisen Chunks rausbekommen. Wie sagst du, du jetzt nen komischen Block gemacht? Nein, der, äh, ich hab den noch so genau abgebaut. Okay. Na, nein, äh, 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 ja, egal, ich hätte jetzt DAS gemacht, weil da ist noch ne höhere Chance. Nein, DAS ist wieder weniger Chance, äh, bei DAS kannst du mir ja Redstone rausbekommen. Okay, ich hab auf jeden Fall hier schon mal ein Ding gecraftet, das geht schon mal gut ab. Jenny, was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, dass wir noch vier Minuten haben. Oh, Gott. Oh, nö. Das ist so hart ein Mobbing mit der Zeit. Die Zeit mobbt mich. Sind wir noch ne Kolb oder noch? Irgendwie macht's von... Die Zeit mobbt dich. Ja. Nur die Zeit. Okay, wir machen dann jetzt halt Revel. Okay. Geh wieder zurück zu meiner Baumform, dann... Ich hab auch ne Baumform. Dann mal hier bekommen. Also brauchen wir stillen, okay. Okay, ich brauch das. Okay, Melina hat den Weg fertig. Jetzt will ich nur nicht runterfallen. Wir brauchen gleich noch einen Ausflug, wenn wir nicht verkriepern und drücken. Wir bräuchten halt ein automatisches Sieb, damit wir nicht immer, ähm... Nachfüllen und nachfüllen lassen. Hm. Womit riecht dann Wunderbarroof? Äh, ich guck mal kurz, was wir dafür brauchen. Weil dann sparen wir uns nämlich darauf was und dann gucken wir einfach mal weiter. Autosieb. Alter, ist der Baum hoch. Kraftet, Mann. Durch. Geht's dem auch voll ab. Ein Sieb. Was seid ihr denn schon? Wir brauchen auf jeden Fall ne ganze Menge. Dann kriegen wir noch den. Die sind doch gar nicht da, was die gerade suchen. Ja, ich seh, glaub ich... Da haben wir noch nicht mal einen Cobblestone-Generator. Ich glaube, ich hab Lenny grad gesehen. Ach, hier gibt's auch Cobblestone-Generator oder was? Ja, zwar nicht so wie auf Griefer-Games, dass du jetzt zum Beispiel Erze da durchbekommst, sondern da kriegst du halt nur Cobblestone drauf. Aber wie mach ich denn Lava? Lava machst du mit ne... Auch mit nem Barrel, aber auf heißer Teilen. Was ist denn Barrel? Ach so. Also wir sparen jetzt erstmal auf dem Ofen. Mit was? Das ist das Schlechtste. Crucible brauchst du dafür. Was ist das? Das ist sowas ähnliches wie die Wooden Barrel, nur, dass das Ganze aus Klee und Knochenmehl zusammengebastelt ist. Und dass du da dann, wenn das Ganze gebrannt ist, musst du ne Fackel drunter packen, packst du Cobblestone rein und kriegst Lab. Ah ja. Ich beobachte Lenny. Warum beobachtest du so mich? Ja, dass Lenny ist. Ich beobachte ihn auch die ganze Zeit schon. Hört auf mich zu beobachten. Ach, steht Lenny da da krise? Nee, das ist Dekula. Null. Lenny, schlägst du grad? Was mach ich? Hast du ja gerade. Nein, das ist das. Das ist alles. Achso, das ist Dekula. Das ist Dekula. So, Dekula und ich haben Glück zusammen bis jetzt. Den will ich ganz, dass du gut sein. Oder reicht das so vom Platz unten geben, wenn du noch Richtung da und mehr brauchen wir doch nicht, oder? Oder ziehen wir rüber bis zu Schmidis Base? Mauder. Ähm, aber auf was sparen wir denn jetzt eigentlich? Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Ja, auch dieses Sieb da, oder? Wie heißt dieses? Ach, ich guck mal. Ich kann jetzt schon... Mauder, du wolltest noch ein bisschen vom Press-Ding? Ja. Was heißt Sieb of Engel? Ja, ich hab drei Cobblestone. Ähm... Was ist Schmidis? Was heißt Sieb of Engel? Sieb? Ja. Sieb. Was? Sieb. S-I-E-V-E. Und bitte den normalen, nicht irgendwie Heavy oder so, sondern den normalen Sieb. Ja, aber einen anderen Sieb. Ich will einen Autosief, aber so weit sind die noch gar nicht. Ja, wir kommen aber auf jeden Fall dem Ziel schon etwas näher. Äh, du, um Autosief zu betreiben, brauchst du erstmal Strom. Das wäre dann die andere Sache. Ja. Hm. Also du kannst damit noch gar nichts anfangen. So, hier kann ich auf jeden Fall scheinbar alles wegschmeißen. Da machen wir aber wenigstens schon mal einen Ofen. Beziehungsweise ich pack das auf jeden Fall mal hier rein. Den Ofen brauchst du sowieso für die Crucible nachher. Was ist denn Crucible? Der Lava. Hast du noch um den Gänzen? Den Cobblestone-Generator. So, und damit ist auf jeden Fall auch schon die Zeit wieder rum. Das heißt, ihr dürft euch nicht mehr bewegen. Ja. Damit sind wir auf jeden Fall schon wieder fertig. Ich muss sagen, ich bin eigentlich gar nicht so weit gekommen. Ich habe irgendwie nichts geschafft, was ich schaffen wollte. Stelle ich gerade fest. Wie läuft es bei euch so? Ja. Boah. Nicht gut. Gut. Ich muss noch irgendwas schreiben. Dann bin ich auch durch. Alles klar. Melina, schreibwarten. In der Zeit verabschieden wir uns, Leute. Ja. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das Format gefällt. Lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Abonniert. Aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts mehr. Und denkt dran, Leute. Schreibt mir eure Tipps, was euch so aufgefallen ist. Alles in die Kommentare unten rein. Ja. Oder halt eben Ideen. Was vielleicht für Regeln halt eben wir dazukommen können. Einfach alles unten rein. In diesem Sinne, Leute. Sind wir raus. Wir verabschieden uns. Macht's gut. Haut rein. Und tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö ARD Text im Auftrag von Funk